Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks mit dem Zernossi, der stummenlieblichen Tigerin und Mu. Hallöchen! Hallihallo! So, Kitty sitzt im RN100, fährt obenrum und wir sitzen im Objekt 140 und Objekt 907. Ich bin quasi dein Großvater und wir gehen nach Süden. Großvater, Großvater. Ja, warum habe ich so eine große Kanone? Ja, genau. Weil ich damals an einer Klankampagne teilgenommen habe und diese mehr oder weniger gut abgeschlossen habe. Deswegen gab es hier das 907 quasi gratis bei Haus. Ist ein Premium, hat allerdings keinen Credit-Bonus. Da kommt einiges auf uns zu. Jawohl, ja. Super, Lussi. Fahr mir direkt vor die Nase. Ich habe keine Ahnung, wo mein Schuss entging. Ja, ich habe, glaube ich, in Dreck geschossen. Ey, das ist ein 50. Der ist nicht mal angekommen. Da haben wir ein Objekt 140 noch. Oh je. Jetzt wird es ja voll hier. Äh, die 50 sind gefährlich, ja? Ja. Aber gut, den kriegen wir schon noch. Pass auf, da sind gerade zwei durch. Ja, aber die sind jetzt nicht so gefährlich. Ah, jetzt ist es angewinkelt genug. Ich ziehe mich zurück. Okay. Ich halte den Leo da hinten in den Schacht, das geht. Hm, stell mich wieder hold down, falls der hier rumkommt. Wie ist er? Kann aber noch nicht drauf wirken, muss vorkommen. Genau das gleiche mit der Lorraine, kann noch nicht wirken. Ach, komm, wir sind jetzt hier auch noch. Ach, scheiße. Ich habe mich gerade vorgehabt. Ich komme mal kurz zu dir. Stehen sie aber wie die Jühner auf der Stange hier bei uns mit ihm? Boah, einfach mal schön in der Kommandoluke. Ach, jetzt hat er auf Heat umgeladen. Ja, ja. Auf die Lorraine kann ich leider nicht wirken. Oh, doch hier. Oh, da hast du aber gefressen gerade. Ja, beide gekriegt. Ich weiß noch gar nicht, wo der mehr mit AP durchgeschossen hat. Aber hier, Captain Heat ist auch wieder on the way. Hm. Das nervige an der Sache ist, dass das Objekt 140 verpasst den E-Fo-70 quasi die Deckung. Oh Mann. Jetzt muss ich mich noch ein bisschen zurückhalten. Ich habe ein bisschen viel Heat gefressen in letzter Zeit. Das war Wendet da hier. Los, Leo. Geh da drauf. Los, Leo. Geh da drauf. Oh, komm, Leo. Ja, dieses Pikaboo hier. Du hast volle AP. So, das hat mir der E5 noch vor das Rohr, ey. So, jetzt. Mein schöner Angriff hier. Vom Leo eingeleitet. Nice. Uh. Das schießt auf mich. 1390, 1375 hinten. Können wir uns aber nicht zu weit ziehen lassen. Mal sehen, vielleicht kriege ich ihn noch raus in 1390. Ah, nee, der zieht sich unten rein. Du kannst ja 1375 rechts gleich mitnehmen. Ach, scheiße. Oh Gott, ich habe gefehlt. Ja, den habe ich nur verdient, Leute. Ja, das war... Der Maus sofort nach links gerutscht. So. Dann gucken wir mal. Die Pichetigerin hat da oben... Oh, ist ja noch Waffenträger. Die Pichetigerin hat da unten einen Typ 4. Und 50 B vor der Nase. Ist nicht so angenehm, als ihr ein 100-Fahrer. Ich, äh, switch runter. Hi. Dann kann ich mir auf jeden Fall... Obwohl dieser Typ 4... Was macht denn der für Schellen eigentlich? Die sind auch relativ heftig, glaube ich. 600 da, ja. Aber gut. Mit AP. Man sieht es an der Tigerin. Nur 300 AP hat sie übrig. Hm. Oh Gott, ich hasse es, hier runterzufahren. Da ist er raus. Gott, ich weiß gar nicht, wo ich da drauf schießen soll, äh. Lativ. Ja, genau. Kauf auf die Spezialmunition. Für Nicht-Leaks-Bots. Ja. Ja, aber trotzdem eine schöne Runde. Jo. Und nicht viel Schaden gemacht ist, aber das war... In der Ecke war interessant hinten. Viel Gebounce da. Oh Mann. Aber so ist es halt, ne? Wenn man auf Objekt 140 trifft. Ja, das Schöne ist, ich habe ihn mit APCR rausgekriegt, während er umgeladen hat. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück zum Objekt 907, Objekt 140 und Liebliche Tigerin im E100 Rosa. Oh. Gucken, ob wir diesmal irgendwie ein bisschen mehr Platz haben zum Rangieren. Dafür sind wir ja da. Die Karte ist jetzt echt eng. Muss man aufpassen. Mh. Äh. Lassen wir mal so ein bisschen den Ball erstmal flach halten, oder? Ja. Ich stelle mich erstmal hier oben kurz hin in die Büsche rin. Direkt an die Außenkante. Vielleicht kann ich da oben irgendwas Plateau mit draufholzen. L-T-T-B. Okay. Oh. F-215. Das ist getrackt. Dann mal drauf da. Kann ich nochmal tracken? Nein, leider nicht. Oh, geil, wie sie hier oben alle sofort eingez... Jo, genau. Fünf Sekunden offen, drei Hits, Amorek im Arsch. Ja. Standard bei der Kiste. Das passiert bei dem Objekt 907 aber auch ziemlich häufig. Äh. Gut. Objekt hat auch nochmal gut gefressen. Oh. Muss hier weg. Die stehen alle da oben rum. Und halten hier rein. Und der L-T-DB will flanken. Na, warte. Die macht bloß langsam da oben. Zwei E-Sieben auf der Außenbahn. Ja, gut, die können wir aber... ...dann irgendwann. Ja, aber erstmal noch ignorieren. Mh. Ermischt. So, dann gehen wir mal ein bisschen hier was für euch aufmachen, ne? Ach, die Batchette ist schon dran. Mist. Hier gehe ich mit flankieren. Haben wir denn hier. Objekt 140 und Bulldog. Äh. Das ist das, was ich da machen. Müssen aufpassen, dass hier nicht noch irgendwas rumsteht. Ach, komm, ey. Dreh mich noch in das Vieh rein und krieg trotzdem noch einen. So, Bulldog ist kein Schrott. Und soll der kleine Wicht auch hin? Ja. Objekt 140 jetzt nicht droppen lassen. Da kommt ein Badget. Rechts, 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 rechts. Bin getrackt. Er geht gerade irgendwie voll an mir vorbei hier, ey. So, jetzt will ich zurückfahren. Und mich mit den beiden IS-7 anlegen. Warte mal, kriegen wir die Artikel von hinten raus? Ja. Da. Ah, kommt ein Objekt noch. Ja, den sollten wir als... Ja, lass uns erst das Objekt rausnehmen, wenn wir die Chance haben. Steht so gut für mich. Der steht für mich absolut hold down. Da drauf, da. Ich hab noch Track. Das ist ein Grund, ne? Nimm dich da. Jetzt. Oh, ist der gezündet. Nein. Sehr schön. Gut. Dann mal zurück, ne? Mhm. Gut, unsere Lights sind auch schon dran. Ich hoffe, die können wenigstens einmal drauf schießen. Ja, guck mal, was wir da hinten haben. Guck mal, E-75 kommt auch hoch. Die kriegen sie locker, die cappt. Wir haben fünf Panzer da hinten. Oder sechs Panzer jetzt da hinten drin. Guck mal, steht 12 zu 1. Also, wenn die durchcappen, frisst sie ein Besen. E-50M steht hier oben in der Basis noch. Ja, guck mal. Dann wird er die Cip durch. Mir leid, sei Dank. Jetzt würde ich mir eine schnelle Reaktion sagen. Boah. Ja, ja, gerade noch Rückwärtsgang reingeschmissen. Ah, der E-50M, der ist auch noch voll, der Kollege. Mhm. Wo ist er denn? Äh, der ist wieder Richtung B-3 gefahren oder B-4 gefahren, ja. Ich geh da mal mit drauf. Naja, bei den IS-7 brauche ich, glaube ich, nicht mehr helfen. Nö, einer ist es noch. Aber die ist auch One-Shot jetzt für alles Mögliche. Ja, beim Obi-140 mal wieder alles dabei gewesen, was das Ding so auszeichnet. Ammo-Rack, abgefackelt, die Karre. Ich hatte Glück. Ja, das Problem ist halt, du kannst das Ding halt echt nicht mit Rationen fahren, halt, ne? Nee. Du kannst einen Feuerlöscher nicht rausnehmen, keine Chance. Aber man könnte es eventuell noch versuchen, mit dem Kommandanten auf 1000 Sasser, um dann noch irgendwas reinzunehmen. Aber selbst dann würde ich mir fast überlegen, dann ein zweites Repair-Kit reinzusetzen. Aber auch so, da fällt ständig der Fahrer aus oder mal ein Loader oder so. Naja, das ist es ja eben. Aber gut. Gewonnen ist gewonnen. Oh, 4.280 Schaden. Da war es gut dabei, ja. Das war eine sehr gute Runde. Mit 28.000 Köln, die ich mit nach Hause nehmen konnte. Gut. Dann vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Jawohl, ja. Dann vielen lieben Dank fürs Mitnehmen. Ich bin ein Cheater. Okay. Tschüss. Jo, tschüssi. 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 Tschüssi.